hallo und herzlich willkommen hier im selbstbewusstsein podcast und heute bin ich wieder nicht allein hier in der podcast folge ich habe die elina herrmann zu besuch und herrmann mit zwei r ich habe ich heiße mich auch herrmann herrmann tobias mit vornamen aber wüsste ich gar nicht ist ja witzig wissen ich habe glaube ich noch gar nicht erzählt bin ich nicht so ganz stolz drauf auf den namen aber jetzt ist es raus naja mal gucken wo uns das noch hin wird elina du bist 27 jahre jung du bist in berlin beheimatet weil du das einfach wollte es glaube ich war heimat berlin du bist psychologin du bist heilpraktikerin für psychotherapie und coach und was ich spannend fand wir uns ja vor kurzem erst kennengelernt was ich spannend fand ist dass du einerseits einen sehr psychologischen ansatz aber andererseits auch einen sehr ganzheitlichen ansatz hast menschen zu helfen auch über dieses konventionell psychologische darüber hinaus und ich freue mich einfach mit dem gespräch zu sein und ein paar themen rauszuarbeiten die sowohl mir als auch der der community einfach weiterhelfen und lebensmotto von dir was du mir vorher geschickt hast wenn wenn du deine träume liebst lerne für sie zu leben warum ist das was hat das mit dir zu tun ja ich erzähle sehr gerne meine kleine story dazu weil da steckt tatsächlich eine kleine geschichte dran jetzt gleich mal zum zur einleitung also es war so ich habe relativ früh also schon eigentlich in dem studium ich bin direkt nach dem abi ins psychologie studium gegangen ich dachte ja klingt ganz spannend kann ja nicht schaden mit menschen ist auch ganz nett und hatte aber offengestanden gar keinen plan wo mich das einmal hinführen würde was ich schnell gemerkt habe ist das was ich nicht will nämlich nein 25 in der klinik zu sitzen so im 30 minuten tag die patienten zu bearbeiten in anführungszeichen also ich habe das in verschiedenen praktika kontexten miterlebt und schon immer nach wenigen wochen festgestellt nee also auf dauer kann ich mir das nicht vorstellen und damit war so ein bisschen dieser konventionelle weg den man halt üblicherweise nach dem psychologie studium einschlägt raus und ich hatte keine ahnung was die alternative war ich habe mich bis dato auch so mit dem was wir jetzt hier als persönlichkeitsentwicklung sage ich mal bezeichnen gar nicht beschäftigt das war einfach nicht so in meiner welt da sondern hat diese klassische psychologie und ja meine meine suche hat mich im prinzip auch nach südamerika gebracht da habe ich ein auslandspraktikum gemacht und das ist eigentlich super witzig weil da habe ich nämlich diesen spruch gelesen hat auf spanisch sie haben es zu sueños aprende aber wird por ellos wenn du deine träume liebst lerne für sie zu leben und das war ich kann dir gar nicht mehr genau sagen was das war irgendwie sowas wie ein werbeplakat oder sowohl das draufsteht oder so ein aufstieg ja nicht ganz es war irgendwas ganz nebensächliches was kleines irgendwie aber stand da drauf und ich habe diesen spruch gelesen dann stand ich da so nach dem es irgendwie ganz treffend ja um so ein bisschen eine richtung im leben zu haben und letztlich hat mich ja auch diese diese suche diese sehnsucht nach naja was was gibt es denn da für mich was ist denn hier irgendwie meine aufgabe was will ich denn eigentlich hat mich ja auch damals nach peru gebracht wo ich das gelesen habe und das hat sich eingebrannt eingebrannt das ist mir nicht mehr aus dem kopf gegangen und hat mich dann tatsächlich seitdem immer mehr begleitet und ich habe es mir tatsächlich auch tätowieren lassen das weiß glaube ich auch noch keiner spanisch oder auf deutsch spanisch darf ich fragen wo ja direkt hier auf den rippen neben meinem herzen link ja genau so als kleine erinnerung auch für mich und so ist das mein lebensmotto geworden und und was was finden findet oder wird sich das vielleicht für dich als zum ersten mal bemerkbar gemacht dass du ein traum hattest und den auch angepackt oder verwirklicht oder umgesetzt hast ich glaube das schwierigste in anführungszeichen oder das herausfordernde war überhaupt erst mal einen traum zu bekommen weil das ist ja so die sache man man geht so in seiner spur ja gutes abi natürlich geht man studieren und man macht das halt so und dann sind wir ja jetzt also unsere generation in dieser herausragenden situation tatsächlich mehr wahlfreiheiten zu haben und ich persönlich hatte da kein role model in der hinsicht also niemanden der irgendwie schon selbstständig war oder gar unternehmer oder ich kannte diese welt gar nicht es war für mich total fremd und das hat sich eher so stück für stück erschlossen weil wenn du träumen willst wenn du ein traum für dich wirklich wieder aufwecken willst und ich sage aufwecken weil ich glaube dass jeder mensch in sich träume sehnsüchte und natürlich auch bedürfnisse hat und dass wir aber natürlich so in unserer erziehung und sozialisierung sehr viel konditioniert werden sehr viel wird drauf gepackt an so hat das zu sein und so musst du dich formen und so solltest du dich anpassen und das wird wie verdeckt also da kommt schicht um schicht um schicht um schicht drauf und irgendwann ist das nicht mehr spürbar und das resultat ist ja dann auch dass irgendwann so ein gefühl da ist von naja was macht das hier überhaupt für einen sinn was ich mache so eine art lehre so eine art richtungslosigkeit orientierungslosigkeit und das hat sich sehr lange auch damals dann durch mein leben gezogen dass ich einfach keinen plan hatte weil ich hatte keinen traum ich hatte nicht wirklich ein ziel wofür ich gebrannt habe und ich hatte auch keine ahnung und wusste auch tatsächlich damals noch nicht dass es menschen gibt die die einem helfen können das zu entdecken das wusste ich alles nicht ja und so war es eher so ein austesten von nee das ist es nicht das ist es nicht also ganz viel auch nein sagen lernen zu optionen um mehr und mehr überhaupt zu entdecken dass da mehr mehr und was anderes auch möglich ist überhaupt diesen horizont so nach und nach zu erweitern und das deswegen das war eigentlich der größere prozess überhaupt dahin zu kommen und auch jetzt würde ich sagen bin ich bei weitem nicht am ende es geht es ist so viel möglich und wir dürfen uns da hinein wachsen lassen in diese realitäten und ich glaube das hört auch nie auf ich finde es cool dass du das direkt dass das sechs am anfang dazu sagt ich habe nämlich lange zeit gedacht bei mir das ähnlich ging also nicht ich habe keine klare also was mache ich mal leben die vision traum lebe deinen traum für mich über die frage ja aber was will ich eigentlich und warum und so weiter ich dachte mich bin der einzige idiotin dazu geht das schön dass das direkt sagt aber wenn auch für jeden der jetzt gerade zuhört der das gefühl hat hey ich weiß schon dass ich was verändern will ich meine man hört ja auch persönlichkeitsentwicklungs podcast meistens nicht einfach nur weil man so hört sondern irgendwas wie ich ein jahr das man jetzt auch heute irgendwie dabei ist und jetzt bin ich auf der suche nach diesem was was bin ich was das treibt mich an was träume ich eigentlich noch mal bevor ich überhaupt mir überlege das umzusetzen was würdest du empfehlen auch aus dem was du gelernt oder selber erlebt hast wie komme ich dem auf die schliche was eigentlich in mir schon am glühen oder am brennen ist innerlich ja mit der grundformel weniger ist mehr also wir neigen ja auch gerade jetzt in diesem ja informationszeitalter digital digitalisierung und alles was da so dran hängt neigen wir ja dazu uns auch ständig inputs zu holen ständig irgendwas zu konsumieren irgendwelche reize in uns reinzuschütten und viel ja auch in so einem leistungsmodus zu verbringen weil das ja was ist was gesellschaftlich einfach honoriert wird und das ist aus zweierlei gründen sehr ungünstig zum einen weil wir gar keinen raum dafür haben zu hören was ist denn in mir ja und es geht dabei um eine tiefere ebene gar nicht mal nur ums denken oder ums überlegen oder darüber nachdenken sondern wenn wir über sowas wie diese innere wahrheit sprechen über das wofür brenne ich eigentlich was ist eigentlich mein traum mein lebenstraum das müssen wir spüren es müssen wir erfahren erleben vom gefühl wir können das nicht denken ich kann begeisterung nicht denken in dem sind ich kann es empfinden ja ich kann dieses feuer in mir erforschen und finden und fühlen wie es mich dann durch durchströmt diese energie aber ich kann das nicht nur auf der mentalen ebene greifen ja also es geht darum tiefer zu kommen aus dem denken ins körperliche energetische spüren auch dessen was bin ich eigentlich aber ich bin halt mehr als nur ein bisschen grips hier oben drin was da so ein bisschen rum denkt und auch mehr als hier nur so ein fleischklopps herum sitzt und das da dürfen wir halt lernen wieder zu spüren und das geht dadurch dass wir uns nicht ablenken durch ständigen konsum durch ständige reizüberflutung der andere grund ist und da hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen wenn wir in diesem leistungsmodus sind ja also wenn wir gewohnt sind immer zu hassen oder immer höher schneller weiter zu machen das macht auch was mit unserem gehirn es gibt ja verschiedene gehirnfrequenzen und ich breche das jetzt ganz simpel runter also so dieser hassel modus das ist eine beta frequenz ist eine sehr schnelle zackige frequenz auf dem eeg kann man das ja messen und das aber der modus wo wir träumen wo wir kreativ sind wo wir auch mal wirklich uns so öffnen können für mehr was möglich ist das passiert im anderen gehirnfrequenz modus ja das heißt wir müssen unsere gehirnfrequenz verlangsamen in den sogenannten alpha modus das ist ein zustand und der geht nur durch entspannung das ist ein zustand wo wir neue ideen schöpfen können auch aus dem unterbewussten wie kreativ werden können wo wir überhaupt erst und es braucht kreativität zum träumen ja das funktioniert ja eben nicht nur in der gewohnten realität und in den gewohnten bahnen so und dass das ist der grund weshalb ich sage so die grundformel ist weniger ist mehr ja viel sprich entspannung rausgehen einfach die sachen sein lassen meditieren oder oder was noch mal ein bisschen bildlich einfach vom gefühl her ja also dir selber einen raum kreieren in dem du nur bist und nicht machst das kann wunderbar sein sowas wie meditation ja also jeder der da schon ein stück weit den zugang zu hat das ist eine großartige möglichkeit und das liebe ich selber total also ich kann aber auch verstehen wenn es menschen gibt die sagen so ob da kriege ich irgendwie nicht so einen zugang zu ist auch total in ordnung es gibt auch andere möglichkeiten ja also vielleicht wie du jetzt gesagt hast gehst du gerne raus in die natur einfach nur zu spazieren in der natur zu sein wo eben nur wirklich natur ist keine geräusche großartig keine musik extra noch sondern wirklich nur du da sein ohne irgendetwas zu machen und wir sind sehr gewohnt immer irgendetwas zu machen das ist fast zwanghaft ja und du merkst es daran wenn es dir nämlich schwer fällt einfach nur mal da zu sitzen und nur da zu sein wenn du da das gefühl kriegst hilfe ich muss jetzt irgendwas machen ich kann doch jetzt nicht nur so rum sitzen und ich bin ja vielleicht faul oder ich muss doch effektiv sein oder was auch immer das ist ein anzeichen dafür dass du einfach sehr gewohnt bist in diesem schnellen handlungsmodus zu sein was ja auch nicht schlecht ist und es gehören halt immer beide pole dazu so also wirklich zur ruhe kommen meditation ist sehr schön wenn du wenn dir musik hilft sowas wie binaurale beats also genau wenn wenn du das nicht sagt als zuhörer jetzt kannst ja gerne mal googeln findet sich auch ganz schön dass bei spotify zum beispiel das ist so ein hilfsmittel oder oder auch so sanfte meditationsmusik geht auch als als unterstützung sage ich mal aber der sinn ist wirklich vollkommen bei dir und auch mal in stille anzukommen weil dann zeigen sich nämlich die dinge die da unter der oberfläche sind aber das kannst du halt erst wahrnehmen wenn du wirklich mal zur ruhe kommst wie hast du das oder wie hast du das erlebt dass dann aus vielleicht aus der stille oder aus dir aus der entspannung heraus sich so ein traum geformt hat sich irgendwas bildlich geworden ist oder wie hast du das erlebt also es war weniger so ein plop jetzt ist eine vision da ja genau das was er nicht also ich kann natürlich nur von mir sprechen ja es kann sicherlich vielleicht gibt es auch das plop die vision da ist kann sicherlich möglich sein für mich war es eher so das zu spüren was für mich tatsächlich echt und wahr und authentisch ist also zu merken das fühlt sich irgendwie gerade nicht stimmig an wenn ich zum beispiel daran denke so diese klassischen angestellten job zu machen ja und habe ich zum zahl zum teil tatsächlich auch mal probiert und ich war einfach unglücklich und ich habe das aber gespürt ja also ich habe gespürt es macht mich eng es macht mich klein und fühlt sich einfach nicht gut an so da geht lebendigkeit bei flöten und das sind aber gefühle die kannst du erst wahrnehmen wenn wenn du halt deine wahrnehmung dafür öffnest und das ist so das wo du also sowas bei mir wo mehr und mehr ich gespürt habe das fühlt sich nicht stimmig an das auch nicht aber da ist ein weg der da reizt mich irgendwas dran da ist irgendwas was mich so dahin zieht auch wenn der kopf vielleicht sagt oh gott oh gott selbstständigkeit oh mein gott das ist ja so risikorell und so weiter der kopf schickt ja ganz viel aber dieses das zu spüren und das hat jeder mensch definitiv jeder mensch hat in sich diese intelligenz die auch sagt hey da da geht's lang ja und die diese stimme intuition kannst du es auch nennen die ist vielleicht manchmal ein bisschen leiser na deswegen dürfen wir still werden und lauschen und so entwickelt sich dass er ja und ein bild ein bild ist ja etwas was auf der mentalen ebene auch entstehen ja das heißt das ist was was es dem verstand auch würde ich sagen greifbarer macht wenn würde jetzt so ein visions board erstellt oder so was ich auch habe was ich auch gut finde aber da solltest du auch immer im kopf haben das ist etwas was dein verstand füttert so was was dein system an sich von seiner intelligenz her nicht zwingend braucht das ist er damit du deinem verstand auch versicherst hey doch wir gehen jetzt hier weiter dass man sich nicht wieder in dem ganzen stress und gedanken und hustle irgendwie verliert sozusagen ja ja genau und vor allem sich auch nicht von zweifeln dann zum beispiel blockieren oder halten lässt ja genau und jetzt kommen wir in dem in dem prozess dieses das finde ich schon ein wahnsinnig spannendes learning und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe immer auch auch zeiten zwischendurch wo ich merke wo ich so suchte nach nach input oder nach nach bloß nicht still werden also wo ich merke sind das sind sachen am brodeln das sind sachen die ich gar nicht mehr angucken möchte wo ich selber nicht die chance gebe zu gucken und da werde ich dann hellhörig manchmal fällt es mir schnell auf manchmal nicht so wo ich merke so schon fast der weg ich betreibe so ein bisschen schon auf der weg zur toilette ist mir fast zu lang um nichts im ohr zu haben was mich zu schüttet weil ich merke da ist so viel in bewegung da merke ich will irgendwas raus aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt in dem prozess bin dass sich herauskristallisiert okay ich habe hier ich habe irgendwas was was mir so gut gefällt wo ich das gefühl habe da geht mein leben jetzt in die richtung sagst du ja dein lebensmutter wenn du deine träume liebst lerne für sie zu leben kommt jetzt der schritt irgendwie dafür zu leben sich das aufzubauen wie drei punkte plan wie gehst du vor wie würdest du jetzt jemandem empfehlen der anfängt sich ein traum traum zu entwickeln da wirklich drin zu leben sich das aufzubauen und die nächsten schritte zu machen ja also wie es jetzt konkret wird sozusagen von der von der handlung her ja okay also erst mal grundlegend wenn du anfängst so mit dir in kontakt zu sein und zu spüren das ist es so da geht es lang und dann da draus dir sagen wir mal eine vision form ist ja das mache ich mit meinen klienten durchaus auch weil ich das für sinnvollheit dass das doch mal bewusst zu machen was wo soll es hingehen da auch immer mal wieder zu prüfen gerade wenn es dann um konkrete ziele und wünsche auf dem weg auch geht zu prüfen warum will ich das wirklich ja aber wir haben natürlich jeden tag ständig auch bedürfnisse die auch mal wechseln die abhängig sind auch so von unserer menschlichen grundstruktur und da also grundsätzlich halte ich es für sehr wesentlich sich bewusst zu machen okay was das sind hier bedürfnisse und was ist sowas wie eine höhere wahrheit weil das ist wichtig ja also es ist auch unfassbar wichtig dass ich nach meinen bedürfnissen gehe auch im hier und jetzt und natürlich aber auch dann abstimme kann ich das in einen klang bringen mit dem wo ich langfristig hin möchte und grundsätzlich also ich habe tatsächlich gar nicht so ein drei punkte plan sondern ich stelle immer sehr gerne die frage was ist der eine schritt der dich heute etwas näher dahin bringt sehr gut oder auch anders formuliert was ist die eine sache die du heute tun würdest wenn du schon die identität deiner zukunft wärst so in der hypothese dass das wir uns quasi mit diesem also wenn wir uns da quasi ausgerichtet haben du kannst dich ja andocken an deine identität die du zukünftig sein möchtest ja ob das jetzt in einem halben jahr noch die gleiche ist die du sein möchtest ist erstmal nicht so relevant wichtig ist dass es hier und jetzt sich richtig und stimmig für dich auch anfühlt und dazu vielleicht auch noch wenn ich jetzt sage das fühlt sich richtig und stimmig an da meine ich damit nicht dass da überhaupt kein zweifel oder niemals ängste sind oder das ist nicht anstrengend sein dürfte ja ja genau genau das meine ich gar nicht damit sondern du kennst das vielleicht vielleicht gab schon so momente auch in deinem leben wenn du merkst verdammt ihr habt da geht es eigentlich hin und ich habe eine scheiß angst mir geht der arsch so auf grundeis und das sind wirklich die momente das sind die momente die prüfen ja da wo du merkst du ich habe eine scheiß angst davor ich weiß aber eigentlich will ich es machen so das sind die momente weil dieses eigentlich will ich es machen und ich vielleicht bereue ich es wenn ich jetzt nicht probiere wenigstens das ist der weg und meistens ist es sogar das was besonders schwierig anführungszeichen ist also besonders herausfordernd so und das meine ich damit mit stimmig ja also nicht dass es immer nur hat die teilte und total schön und flowy und entspannt ist sondern dass du genau weißt diesen schritt muss ich gehen weil sonst sitze ich am ende meines lebens da in meinem schaukelstuhl und zerbreche mir den kopf warum habe ich das nicht gemacht und dass ich finde es gerade dieses thema manifestieren und flow und so weiter ist ja auch ein thema was ziemlich breit getreten wird auch in öffentlichkeit was ich bin ja keine experte sondern was was ich merke immer mehr in meinem leben was ich beobachte und was mir wichtig ist dazu zu sagen ist auch manifestieren heißt ja nicht sitze hier und stelle mir das vor und träume und dann sitze ich hier so lange bis es dann endlich klingelt auf meinem konto oder bis es hier weißt du so ich meine ich mag bestimmt geschichten geben muss das funktioniert aber diesen schritt was du gerade sagst du fängst an da ist das wahrheit da ist was 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 als traum hochkommt da ist was wo ich merke da möchte ich hin und dann passiert ja auch was was mich in die aktion bringt was mich zum zum machen bringt oder wo ich wo sich türen öffnen wo ich aber da noch durchgehen muss und ich glaube dieser schritt der ist der ist ganz ganz wichtig danach loszulaufen unbedingt unbedingt ja vor allem weil da sind wir so ein bisschen auch beim aspekt von vertrauen von von selbstvertrauen von glaube ja wenn ich dann da sitze und mir mein ziel schön visualisiere und dann morgen aber frustriert man weiß hat sich noch nichts getan prägt sich ja dadurch auch eine bestimmte erfahrung in dein unterbewusstsein ein ja und zwar dieses okay ich wünsche es mir was klappt nicht und wünschen alleine reicht halt nicht sondern es geht darum ich glaube schon an universelle gesetze ich glaube schon daran ich meine es ist ja quantenphysik eigentlich brauchen wir nicht dran glauben weil es mittlerweile nicht mehr bewiesen an sich genau auch wenn es schwer greifbar für den verstand so ist aber die frage ist ja wenn du nehmen wir mal an du stellst dir vor du bist deine zukünftige identität ja ist diese zukünftige identität so dass sie all das was sie sich kreiert hat einfach nur durch im schaukelstuhl sitzen erreicht hat und hat sie was dafür getan hat er sie vielleicht auch bock was dazu zu tun ja darum geht es ja auch es geht ja da nicht darum dass dass man sein leben lang nur am strand schild sondern es geht ja auch darum das gefühl zu haben hey ich kann was schaffen ja ich habe hier meine hände und meinen grips und ich kann damit was kreieren das ist doch viel geiler als wenn einem das einfach nur plopp hingelegt wird oder manchmal wahrscheinlich schon manchmal ist es vielleicht auch schön und einfach mal die dinge plopp dahin gelegt bekommen werden ja ja mag sein mag sein ich glaube ich weiß was du meinst ja ja es ist ja dieses es gibt so dieses schöne dieses schöne wort allein action ich kann das großartig kennst du das noch nicht aber also allein action halt eine action in einem zu allein zu deinem höheren ja also zu dem höchsten besten leben was du leben möchtest und kannst so und ich glaube dass auch gerade diese handlungen weiß wenn du etwas machst und es gehören beide pole dazu ja also nur machen halte ich für es hat ein ungleichgewicht und nur warten dass was kommt es auch ungleichgewicht young und young es kommt beides zusammen ja du darfst was tun dafür und dann darfst du aber auch in ins empfangen gehen und das passiert im wechsel damit du auch den kurs korrigieren kannst damit du auch fühlen kannst ist das jetzt so noch stimmig darf ich den kurs ein bisschen ändern ja und dann den nächsten schritt zu gehen also vielleicht ist es wirklich dieses ausrichten zu spüren da geht es lang und dann einen schritt zu tun dahin um dir selber zu beweisen ja ich will das wirklich und da da möchte ich das thema vertrauen jetzt gerade in dem in dem bezug rein weil was jemand von von der von der bewusstseinsebene eines opfers zum beispiel eines das leben passiert mir und es ist alles schlimm und ich kann nichts machen und so auf die auf die ebene zu kommen verantwortung zu übernehmen für das leben ist ist schon ein geiler schritt zu sagen okay ich kann was daran ändern ich ändere was dran ich habe ich nehme mein leben in den griff und da kann man auch als als hassler ja schon richtig man so habe ich mal ein bisschen auch angefangen einfach viel raus und akquise machen und bla und da passieren sachen ist irgendwie cool aber die ebene oben drüber dann zu einem zu einem schöpfer zu werden zu einem zu jemandem zu werden der der auch empfängt oder durch den sachen auch durchfließen glaube ich gut viel vertrauen zu auch loszulassen und nicht alles kontrollieren zu müssen und jetzt habe ich ein traum jetzt habe ich eine ausrichtung ich gehe die ersten schritte zu aus deiner erfahrung her was wie baue ich jetzt dieses vertrauen auf auch loszulassen in universelle gesetze zu vertrauen oder auch mir selber zu vertrauen dass ich wenn ich mich mit dieser zukünftigen identität verbinde das auch wirklich also dass das funktioniert und dass ich das auch leben kann also wie wie ich auch mal die kontrolle loslassen kann und einfach mal auch entspannen loslassen empfangen genau ja das ist eine hervorragende frage dankeschön überlegen habe ich habe ich nur kann ich da eine ganz konkrete antwort hervorragende antwort dann auch bitte ja ich gebe mir also erstmal noch ein kleines bild wenn du also ja der menschliche verstand ist kurzsichtig ja wir können einfach wir können nicht alles greifen wir haben immer unsere filter und unsere realität unsere brille von der realität und wir können niemals alles erfassen das geht schon alleine physiologisch nicht ja das heißt wir können akzeptieren okay der mental körper dieser verstand ist kurzsichtig ist auch in ordnung dann gibt es so diese höhere instanz so diese intuition dein höheres selbst oder deine seele oder wie auch immer du das nennen möchtest was sehr viel weitsichtiger ist ja wenn manchmal sagt der verstand das muss jetzt aber so und deine intuition sagt aber nee eigentlich ist fühlt sich das anders viel besser an ja dann hat die frage wem wem schenkst du dein vertrauen im prinzip schenkst du immer vertrauen ja entweder der kontrolle oder halt dem empfang oder der intuition und das ding ist wenn du versuchst alles zu kontrollieren ist das anmaßend weil du kannst niemals das leben kontrollieren ja also geht einfach nicht und braucht es auch nicht ja weil es wirkt das leben für dich auf einer höheren ebene ich bin davon zutiefst überzeugt und hätte für mich das vor weiß ich nicht zehn jahren oder so gefragt ich habe gesagt oh mein gott nein nein blödsinn so ja aber das leben hat mich das gelehrt dass es einfach einen größeren plan gibt den der verstand nicht verstehen muss und das auch okay ist wenn ich jetzt nicht immer irgendwo daran festhalte kontrolle kontrolle ist ja ein ein bewältigungsmechanismus wenn wir angst haben ja weil ohne angst brauche ich auch nichts kontrollieren wenn ich keine angst habe dann chill ich hier rum und schaue was der tag so bringt wenn ich alles kontrollieren muss ist das immer eine gegenbewegung zu ängsten also das kann gerne auch jeder mal für sich so prüfen eine angst was nicht im griff zu haben eine angst zu scheitern angst was nicht gut genug zu machen da dem wirkt kontrolle entgegen und kontrolle kehrt lebendigkeit weil dann spontane impulse weil dann deine kreativität keinen raum mehr hat wenn du alles kontrollieren willst hast du jeden kleinen step kontrolliert geplant und es gibt kein raum mehr für diese spontane intuition und wenn du das ist jetzt kommt ein kleines paradox ja also kontrolle will die angst bewältigen klappt aber nicht weil du wirst ja nie zu 100 prozent alles kontrollieren das heißt du wirst er erleben dass deine kontrolle nicht passt dass das trotzdem sachen passieren die du eigentlich vermeiden wollte ist wie auch immer und wirst erleben shit ich kann nicht alles kontrollieren ich bin da irgendwie nicht wirksam genug ja stichwort selbstwirksamkeitserfahrung oder erwartung vertrauen ist das gegenteil vertrauen ist wenn vertrauen da ist hat angst keinen raum mehr vertrauen nimmt raum ein und das braucht dann die kontrolle nicht mehr weil die das vertrauen einfach ja ich kann es gar nicht anders beschreiben es ist es nimmt den raum eines ist wie wie so eine energie den raum füllt und wenn vertrauen da ist dann geht die angst so und um aber dieses vertrauen zu erfahren und auch du musst ja du musst ja erfahrungen sammeln du kannst auch dass diese geschichten von selbstvertrauen und so weiter kannst du dir nicht erdenken sondern du musst es erfahren und jetzt ist das das paradox du musst erst die kontrolle loslassen um zu erfahren dass vertrauen funktioniert dass das leben dich aufhängt dafür musst du diesen strohhalm an den du dich klammerst in der hoffnung alles kontrollieren zu können loslassen und dich hingeben und auch bereit sein zu fallen dann kann das leben dich auffangen steile vorlage gefällt mir das heißt ja das ist eher mein thema ich finde das ich finde das ich finde das cool nur so als kleines kleiner einschub ich habe heute morgen mit meinem coach wo es um meine themen und meine sachen ging haben wir dieses thema vertrauen bei mir ausge ausgewickelt noch mal wo sind bei mir punkte wo ich wo ich den halt verloren habe weil ich gewisse weltbild sachen so wie ich aufgewachsen bin so meinen religiösen background über bord geworfen habe ich so lange her und plötzlich diese frage so wem vertraue ich jetzt dem leben und gott und universum diese sachen mich so außer aus der bahn geworfen haben dass ich dazu neige mich ganz vielen sachen festzuklammern um mir die sicherheit zu geben die ich so in diesem vertrauensvollen gott mal hatte warum sage ich das ich sage das weil du sagst quasi ich vertraue also ich würde dir vertrauen wir kennen uns jetzt noch nicht so lange ich vertraue dir dann wenn ich dich kenne wenn ich das gefühl habe ich kann nicht einschätzen wenn ich das gefühl habe ich weiß ein bisschen wie du reagierst und dann reden wir miteinander und dann habe ich das gefühl ich kann dir vertrauen wenn jetzt jemand sich irgendwas aufbaut im business oder irgendwas gesundheitliches passiert oder irgendwas im leben ist da und die frage ist da kann ich jetzt kontrolle abgeben du hast du hast gerade schon gesagt vertrauen kann man sich nicht erdenken in dem falle aber was würdest du sagen kann ich tun praktisch ob dazuhörer natürlich auch um zu erleben dass das leben oder gott universum wie auch immer also dass ich da wirklich vertrauen kann dass ich mich fallen lassen darf bereit sein zu scheitern weil das ja das ist ja so der dreh und angelpunkt auch von ganz vielen geschichten wie ja angst vor verlust angst vor versagen angst davor ausgestoßen zu werden oder blamiert zu werden also beschämung beschuldigung und so weiter dass das sind ja so diese kernthemen vor denen wir so angst haben ja und was hilft gegen die angst weg rennen wird immer kontraproduktiv sein da werden die ängste eher größer werden du darfst dich dazu umdrehen und dich damit konfrontieren konfrontation mit dem was die angst macht und die erfahrung dessen sehr eigentlich eigentlich haben wir ja de facto nur die angst vor dem tod wir wollen ja unser leben schützen ja alles alle alle ängste laufen tatsächlich im kern darauf hinaus sehr oft mit irrationalen verkettungen also szenarien im kopf die die angst machen und wenn wir dem ganz auf den kern gehen würden wir bei den meisten szenarien nicht sterben so und da sind wir aber so ein bisschen in unserer biologie auch das nervensystem dass das ist ja alarmiert wenn in irgendeiner form lebensbedrohung da ist ja und das kann halt durch eine reelle gefahr sein oder aber eben durch die erdachten szenarien und wir dürfen unserem system vermitteln dass selbst wenn dieses szenario vor dem ich vom verstand her angst habe dass ich dann nicht sterbe ja und dazu gehört und dass die einzige möglichkeit das zu erfahren genau da durchzugehen also genau das zu erleben beschuldigung versagen scheitern beschämung und dann bei mir zu bleiben zu beobachten aha okay mir ist vielleicht nicht angenehm aber hey ich überlebe und dann ist das vorbei und das ist etwas was extremes selbstvertrauen gibt wenn du erlebst dass du bei dir selber sein kannst auch in so einer unangenehmen situation auch im scheitern das problem ist ja nicht das scheitern selber sondern dass wir uns selber verlassen weil wir angst haben wir werden von anderen verlassen und dann verraten wir uns immer wieder weil wir irgendeine andere wahrheit dann leben um uns anzupassen irgendwo reinzupassen niemanden zu verlieren oder vor den kopf zu stoßen das sind die uhrängste das sind dann auch die dinge die so blockaden auslösen im kern ja immer diese diese ängste ausgestoßen zu werden verlust zu erleiden und am ende alleine dazustehen ja das alleine sein hui und dadurch auch ein paar krasse lektionen auch dieses jahr das alleine sein zu können oder für das einzustehen was deine wahrheit ist und dann zu riskieren und das auch bewusst anzunehmen und das in kauf zu nehmen zu sagen ja und wenn mich jeder mensch auf der welt dafür verlässt und ich trotzdem bei mir bleiben kann das das ist eine meisterschaft dann dann habe ich echt dann habe ich ein ganz eine ganz ganz große lektion des lebens gemeistert würde ich sagen also es ist eine innere haltung eine innere haltung die sich entwickelt durch die erfahrung und ich muss ein stück weit in vorleistung gehen um diese erfahrung machen zu können das ist dieses paradoxon was ich vorhin erwähnt habe ja dieses ich kann es erst erfahren wenn ich ein stück weit mich dem schon hingebe und ja es ist es ist unter umständen so als ob ich an der klippe stehe und loslasse und falle und nicht weiß wo endet das das sind die momente wo richtig vertrauen entstehen kann wenn ich immer kontrolliere und doppelt und dreifaches sicherheitsnetz sowieso habe dann ist ja so okay ist das kein wirkliches vertrauen das heißt wenn wenn so ein traum sich sich formt und dieses kribbeln oder dieses gefühl da ist wirklich was was ich machen aufbauen will und ich will die ersten schritte gehen ist der erste schritt meistens ein schritt der macht der macht mir irgendwie angst der ist neu der ist raus aus der komfortzone der ist raus aus dem bereich der sich wohlig und mutterlich anfühlt ohne zu wissen ob das eis wirklich trägt oder nicht trägt sondern ich muss gehen und auch riskieren auf die fresse zu fliegen und auch riskieren dass es in die hose geht aber ich gehe trotzdem im vertrauen dass selbst wenn ich auf die fresse fliege irgendwie trotzdem alles gut wird was das so zusammen was du ja ja im kern schon was was natürlich nicht bedeutet dass du kopflos gegen irgendwelche wände rennen sollst ja also das ist auch noch mal ein unterschied das heißt nicht dass du den verstand gänzlich ausschaltest ja es geht mir ich deswegen sage ich immer so gerne dieses bild von yin und yang es geht mir um eine balance ein stück weit wir leben in einer dualität und du hast verschiedene pole verschiedene qualitäten in dir wenn du nur eine davon lebst verschenkst du 50 prozent eines potenzials darum geht es diese aspekte zusammenzubringen und natürlich zu überlegen und und zu schauen okay was macht macht was macht sinn wie kann ich vielleicht auch meinen kopf ein bisschen beruhigen was könnte plan b c d und so weiter sein und dann aber trotzdem zu sagen okay ich habe jetzt hier so ein bisschen mal ausgeluchtet was sind die möglichkeiten und ich merke es muss in die richtung gehen also gehe ich jetzt den ersten schritt und ja ich weiß nicht ob das eis trägt es kann sein dass ich einbreche ich kann ja dafür sorgen dass eventuell jemand da steht der heim in die hand reichen kann falls es passiert das ist das ja völlig okay ja aber diesen schritt gehen den muss ich selber und gucken ob es funktioniert und hat diese grundhaltung auch von dem scheitern gegenüber das ist halt auch in meinen augen es macht es sehr sehr schwer wenn wir versuchen gar nicht zu scheitern weil das funktioniert nicht also doch funktioniert wenn du an einer stelle bleibst dann wirst du wahrscheinlich nicht weiter nein nur in deiner lebensaufgabe genau ziemlich großes scheitern auch das erste das erste buch was ich gelesen habe als persönlichkeitsentwicklung plötzlich ein thema war auch durch eine eigene persönliche krise hindurch durch natürlich in therapien durch und auf einmal kam dieses thema so mein leben und das erste buch was ich gelesen habe war failing forward also diese diese einstellung ich begrüße irgendwo das scheitern sogar als 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 weg um zu lernen als weg auch zum erfolg weil ohne wird es nicht funktionieren fand ich für mich ein volles aha erlebnis nicht durch das alles schon voll inkorporiert hätte aber ich fand das mit also nach wie vor ein sehr großes aha erlebnis scheitern zulassen zu dürfen ja hast du das bei dir in der selbstständigkeit vielleicht zum zum schluss noch mal abschließend so in einer geschichtsform wo du das bei dir gerade erlebt hast in den letzten wie lange bist du jetzt selbstständig in der form wie du das jetzt gerade machst in der form wie ich das jetzt mache knapp ein jahr nicht sehr schön das heißt du bist bist auch noch sehr sehr frisch dabei das heißt du hast bisher wahrscheinlich gerade ich lege das ist im mund werde ich gerne wenn es nicht passt diesen ganzen prozess selber durchgelaufen von du kommst aus der klassischen psychologie und gehst jetzt aber ein ansatz der vielleicht auch also der ein bisschen größer ist du machst dich selbstständig du machst dich unabhängig von irgendwelchen klassischen sicheren einkommensquellen und so weiter baust du selber was auf hast du diese diese mechanisten mit dir gerade besprochen haben hast du oder wie hast du die jetzt in deinem in deiner aufbau der selbstständigkeit und deinem letzten jahr wie hast du das erlebt wie sagt das bei dir praktisch aus ja da vielleicht noch mal ein bisschen mehr zum verständnis also die form wie es jetzt ist so online mäßig dass das besteht jetzt ungefähr ein jahr ich habe insgesamt schon angefangen selbstständig auch zu arbeiten während meines studiums und die form hat sich halt immer wieder geändert also man könnte auch sagen ich bin immer wieder gescheitert oder habe festgestellt es ist nicht mehr stimmig das waren verschiedene aspekte das ist ja dann das auch die frage wenn ich merke etwas passt nicht mehr also zum beispiel habe ich tatsächlich auch in einem medizinischen kontext so in auch schon auf selbstständiger basis aber dann halt in praxen auch mitgearbeitet und dann halt auch da festgestellt nach ein paar monaten so irgendwie reizt mich das gar nicht mehr ich habe da schon wieder gar keinen bock drauf ja auch dieses anzuerkennen ja ich mache das jetzt noch gar nicht lange aber die luft ist schon wieder raus er geht mache ich es dann weiter nur weil es dann irgendwie besser aussieht im lebenslauf oder whatever oder bin ich ehrlich zu mir und sage nee war war nichts ja war sage ich dann zu mir okay ich bin gescheitert war ein griff ins klo oder sage ich okay danke für die erfahrung und was ist mein nächster schritt so also da kann im prinzip auch sagen also damit da bin ich oft gescheitert dass ich einfach immer wieder getestet habe und was gesteht doch nicht so und genauso auch dann mit der mit der ja ich sag mal schon so selbstständigkeit im bereich coaching war ich auch erst offline unterwegs ja dann kam diese ganze corona geschichte bin ich auch schön gescheitert weil keine aufträge mehr nichts hier offline stattgefunden hat und ich dann auch noch mal bei null anfangen durfte also ja so gesehen das ist halt die frage ja was bezeichnest du auch als scheitern ist es wirklich ein scheitern oder ist es ist es vielleicht auch möglich zu scheitern was gutes ist ja weil du dann dich einfach von was trennen kannst auch was nicht mehr passend ist und viel besser noch mal neu ausrichten kannst was ist es wirklich was ich will so ja und natürlich auch also das kann ich auch sagen die größte die größten schritte selber in meiner entwicklung habe ich auch mit coaches und mentoren an der seite gemacht ja also das ist einfach die die abkürzung und natürlich auch das ist so ein bisschen wie da ist dann so eine so eine sportmatte er du fällst nicht ganz so hart du bist er wieder aufgefallen kannst sich besser hast jemand der die die hand reicht wenn du dich wieder aufrappeln möchtest um dann wieder besser auf die beine zu kommen ja danke dir das das war echt gut ganz 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 viele tolle sachen die wir besprochen haben und ich glaube da kann man sich sehr viel herausziehen also wenn du deine träume liebst lernt lerne sie zu leben und ich habe das das gefühl da wird viel gefühl mut dazu und viel vertrauen und danke für den ganzen input die du da reingebracht hast und zum zum schluss wie so eine klammer also einmal die frage sind sind noch so ein paar offene punkte wo du gerade sagt von unserem gespräch da musst du noch eine kleine kleine sache zu sagen oder möchte noch was abrunden dann macht es gerne und dann auch wo findet man sich überhaupt wenn man jetzt dich hier sympathisch und gut und hilfreich fand hat man ja auch noch mal lust zu gucken wo du dich sonst rund treibst und vielleicht sogar mit ihr in kontakt zu kommen auch das sagt gerne wo wir dich finden können ja ja also kleine ergänzender abschluss sozusagen noch hingabe an das leben das wollte ich noch mal sagen dass das leben ist dafür da erlebt zu werden ja mit mit allen facetten genauso wie gefühle du kannst natürlich versuchen irgendwie in der neutralität zu bleiben zu fühlen zu leben aber dann wirst du wirst du keine großen höhen und natürlich auch keine tiefen erleben es gehört immer beides zusammen ist es wie so diese ja wie der herzschlag wenn du eine null linie hast bist du tot ist die frage willst du dein leben im halbtot zombie modus verbringen oder nimmst du in kauf dass es tiefen und höhen gibt und nimmst das mit sowohl in dir als auch in deinem leben und das hängt ja zusammen du bist ja dein leben und ja zu finden bin ich auf instagram auf facebook und auf meiner homepage elina hermann.com also ich glaube man findet mich ganz gut auch das ist schön das ist schön was ist von von deiner arbeit und von dem was du also ich glaube wenn man hier zwischen den zeilen auch zugehört hat und sich die sachen für sich selber raus zieht sehr sehr cool und gleichzeitig hat man einen guten eindruck bekommen glaube ich von von dir wie du wie du tics und was du machst was von jedem der zugehört hat für 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 menschen und dabei weiß was für für themen bist du in ansprechparten wo du sagst lass uns mal zeit miteinander verbringen lass uns mal reden ich glaube ich kann dir da wirklich weiterhelfen ja also wenn du das gefühl hast dass noch sehr sehr viel mehr in dir ist ja wenn du spürst so wie es ist das ist noch nicht alles da da ist wie so ein wie so ein feld um dich herum wo du genau hast da ist so viel drin was möglich wäre was ich könnte was ich in die welt bringen könnte so und und was das dir auch wichtig ist einen sinn in dieses leben zu tragen ja und ob das jetzt so aussieht dass du dass du für dich persönlich einen neuen weg einschlagen möchtest oder auch schon vielleicht spürst hey klassisches angestellten dasein ist gar nicht meinst ich will was eigenes haben ich weiß aber noch nicht wie es genau aussieht was was das genau ist was ich will ja also diese frage was will ich wirklich hier sein und leben in diesem leben da kann ich dir auf jeden fall helfen sehr cool danke dir lina danke für deine zeit dank für den impuls und für für die ganzen goldnuggets die du heute hier mit rein mit reingebracht hast und auch für dich als zuhörer ganz herzlichen dank dass du da warst ich glaube wir beide wissen sehr zu schätzen wenn menschen sich zeit nehmen für ihre eigene entwicklung und auch uns bei dem gespräch zu hören und du warst bis zum ende dabei dafür schon mal klopft klopft ihr schon mal ordentlich auf die schulter und 72 stunden regel ja wenn du wenn du jetzt heute den einen oder anderen impuls hat es aus diesem aus diesem gespräch und das gefühl hast da da möchtest du einen schritt machen du möchtest anwenden du möchtest aber noch mal darüber nachdenken dann schreibt er dir jetzt da ein paar sachen zu raus pausier am jetzt und schreibt ihr das raus und macht die ersten action steps in diese richtung das anzuwenden weil sonst bist du so wie ich zumindest auch das oft gemacht habe toller impuls tolle inspiration und nach zwei drei tagen hat sich das irgendwie wieder im sand verlaufen also wenn was dabei war halte an und macht praktisch und wir freuen uns beide sowohl elena als auch ich von dir zu hören wenn wir dich irgendwie unterstützen können und dürfen melde dich bei uns und wir hören und sehen uns dann in der nächsten folge mach's gut